Sie haben eine ganz interessante Studie an unseren Schulen durchgeführt und sind da zu dem Ergebnis gekommen, Kinder sind ähnlich häufig infiziert wie Erwachsene. Können Sie uns das ein wenig erläutern? Ja, das ist eine große Studie, an der vier österreichische Universitäten beteiligt sind und die ich wissenschaftlich koordinieren darf. Da ist die Medizinische Universität in Graz, Linz und Innsbruck beteiligt und eben die Universität Wien. Und wir machen das zusammen mit dem Bildungsministerium. Und was wir herausgefunden haben, eben anhand von 250 österreichischen Schulen, das sind also fast sechs Prozent aller Schulen in Österreich. Und es ist wirklich eine tolle Stichprobe, weil sie repräsentativ ist. Also in allen Bundesländern, alle soziale Schichten, alle Populationsdichten, alles berücksichtigt. Wir haben da zweimal gemessen in zwei Runden und haben eben gesehen, dass Kinder ähnlich häufig infiziert sind wie die Allgemeinbevölkerung, dass es keinen statistisch signifikanten Unterschied gibt zwischen Kindern und Lehrerinnen in der Infektionshäufigkeit und auch keinen Unterschied zwischen jüngeren Kindern und älteren Kindern. Unsere Studie schließt allerdings nur Kinder bis 14 Jahre ein, also sechs bis 14 Jahre. Und da gibt es keinen Unterschied. Und wenn man in der Volksschule schaut, sind sie ähnlich häufig infiziert, wie wenn man dann in der Unterstufe sich das ansieht. Es gibt aber Unterschiede und zwar mit der regionalen Inzidenz. Das heißt, wenn in einem Bezirk viele Infekte auftreten, dann findet man auch mehr Infekte in den Schulen. Und mit dem Sozialindex gibt es auch eine Korrelation. Das heißt, Brennpunktschulen, in denen viele Kinder mit geringeren Bildungschancen sind, die sind leider häufiger von solchen Infektionen betroffen. Und aus den Ergebnissen kann man natürlich jetzt auch einiges ableiten für die Zukunft. Sie zahlen dazu, wie häufig eine Corona-Erkrankung bei Kindern symptomlos verläuft? Sie verlaufen ja bei den meisten Kindern Symptome arm oder symptomlos. Also sie haben entweder, nennt man oligosymptomatisch, die haben ein bisschen Erkältungssymptome oder auch manchmal Magen-Darm-Symptomatik oder gar nichts. Also deutlich häufiger geht man davon aus als bei Erwachsenen. Und das führt natürlich auch dazu, dass Kinder weniger getestet werden außerhalb von solchen Studien, wie wir sie jetzt durchführen. Weil ein Kind sozusagen, wenn es infiziert ist, nicht auffällt sehr häufig als infiziert und dann gar nicht auch aus dem Infektionsgeschehen entfernt werden kann. Weil die Eltern ja gar nicht wissen oder vermuten, dass es sich vielleicht mit SARS-CoV-2 angesteckt haben könnte. Wie sieht es jetzt aus, wenn es Öffnungsschritte gibt in den Schulen? Wie sollen denn da diese Öffnungsschritte aussehen? Ihrer Meinung nach, welche Herausforderungen gibt es dann? Wir sehen, und das deckt sich auch mit internationalen Studien, dass Schulen zum Infektionsgeschehen beitragen. Wir haben über eine Million Schülerinnen in Österreich und Schüler. Das heißt, man kann diese Bevölkerungsgruppe nicht unbeachtet lassen bei den Öffnungsschritten. Auf der anderen Seite ist es wichtig, die Schulen möglichst, wenn immer möglich, zu öffnen. Und da braucht man jetzt gute Überwachungsstrategien und gute Schutzkonzepte. Und dazu gehört unser Monitoring-Programm, das soll ja eigentlich fortgesetzt werden, regelmäßig in diesem Schuljahr. Es war geplant, das zehnmal im Schuljahr zu machen. Und das zeigt uns immer wieder, reichen die Maßnahmen aus oder ist jetzt in der Schule so viel los, dass man doch nachschärfen muss? Und also dieses Monitoring, was ja sozusagen an Stichproben erfolgt, und gleichzeitig gibt es die Antigen-Tests, die dann zu Hause durchgeführt werden können, die einen ganz anderen Zweck verfolgen. Das ist kein wissenschaftlicher Einblick, wie viel Infektionsgeschehen habe ich da an den Schulen. Aber die liefern sozusagen die Möglichkeit, Superspreader rauszuziehen.